so weiter geht's mal schauen ob ich bis zum ende durchmach jetzt ich habe jetzt durch sicherheit mal zwischengespeichert wenn mal das ding abbrechen sollte oder hängen bleibt also es neu starten muss zwischenspeichert ja die zwischengespeichert haben wir mal das ding kaputt wo es nicht gut oder soundprobleme ok ist ok wir sind mit füllen die kaputt schlagen oder was die doch drauf man und die donna schlägt eine von diesen Das ist direkt, nein, im Ernst, so, bei der Droh, geht's nicht mehr. Aufwärts stimmt nichts mehr. Gibt es nicht. Los geht's weiter. Wir wollen noch das goldene Vlies holen. Okay, so geht's schnell. Seid bereit. Die Karte hat sicher nicht grundlos alles versiegelt, was hinter diesem Punkt liegt. Kilo wäre weniger. Aber es wurde wenigstens geschweichert. Ach, nein. Immer mehr davon. Oh, Mann. Oh, okay. Na, diu. Und sie sind tot. Die starben aber. schnell hin endlich einmal so die sind immer er wüsste belieben in das gute sind schnell Nein, jetzt stirb. Hoffentlich nur den Koffer fehlt. Stirb. Wo gehts denn dahin? Ich glaube, ich muss das kaputt schlagen, damit man das Ding befreien kann. Und schön, wie wir alle zwei im Weg gestanden sind. Wo willst du hin? Leck, danke. Nochmal speichern. Jetzt kann ich hingehen. Und wenn er noch da hoch passt. Ich glaube, das war etwas für die Krisen. Ja. Das ist ein Mistviech. Dann gehts wieder runter. Wir müssen hier auch noch halten. Das ist ein Mist. Da muss ich jetzt. Perfekt. Jetzt könnts nicht sterben. Ihr könnts immer ruhig auch machen, ne? Ich würd's nicht sterben, ne? Na gut, jetzt mal ein bisschen, was machen wir denn. Gut, fertig, komm. Jetzt stirbänklig. So, mach ja, die Sende. Ja, da rein. Wieder Speicher starten, juhu. Ich kippe jetzt nirgends hin. Dann müssen wir da hoch. Und wieder kämpfen. Ja, was wollen wir mehr? Okay. Okay, jetzt auch noch mal schön weglaut. Stirb. Schöner Freiflug. Schöner Freiflug. Wirbelst durch die Gegend. Die Hoffnung ist bei der Camoman. So wie es den Wegflug geschlattert hat. Leck mich doch fett. Ne, blub. Da ist er. Wir müssen die alle kaputt schlagen. Lassen wir das Wasser wieder rein. Ohne, da sind Mutanten mir nicht. Dann geht mit dir. Was? Okay. Ich sehe nichts wegen dem Raucher. Oh, okay. Wir nehmen den Weg, der deputiert, glaube ich. Ich glaube, er sind drängend angelangt von dem Taturs. Glaub ich halt. Keine Ahnung. Wie häufig gehst du. Die Dreier kaputt schlagen, dann geht's dumm, eyla. Heilige Scheiße. sie sind überall hau-fester Boden hier keine gewollt Schmacken jawoll ja die 2 mag was ganz unständig ist gehst du um du von ihm Sches-Golom Freiflug da blieb die immer noch so jetzt nicht mehr ist schon der Kampf Watz ich glaub wir sind bald angelangt ich glaub ich geh schon Richtung Ende aus das du so richtig richtig noch hin das Herr Nae was tut sie hier und warum greift sie nicht an sie will uns führen wir gehen geradeaus wenn Herr Nae uns aufhalten will wird sie scheitern los wir sind halt neu wir gehen mal hinten noch hä sonst nicht okay ah ok ich hab ne Idee ich glaub ich war's los die wir uns den Weg beißen und dann von hinten angreifen oder so sie sie ist ein braves mädchen geworden naja hat sie jetzt einmal gespielt aber bei mir Pan und Herkules und einmal sie und Pan dann los dann los dann auf auf oh Gott nicht der das wird ne Hölle ich bin auferstanden doch wo das etwas stimmt nicht versprach mir den Himmel endlose grüne Felder einen Palast voller Diener und versprach mir das Paradies du hast bekommen was du verdienst Taterus es gibt kein Paradies für Verräter nein sie müssen mich zurückholen ich muss zurückkehren ja das wird meine Belohnung sein ich nehme an Hekates eroberung der Welt ein findet die gerade statt was glaubst du Mensch jede aufsteigende Seele kehrt zurück in die Welt da oben die Schwarzzungen haben einen Ort der Macht gefunden nun wird der ganze Taterus auferspringen bald werden wir eine Armee haben wie sie Griechenland noch nicht gesehen hat wo sammelt sich diese Armee ist das richtig wo auch immer wir werden dir eine lodernde Flamme die ganze Welt verschlingen nicht mal mit dem Vlies könntest du uns aufhalten deshalb bist du doch hier oder das Vlies kommt mit mir egal du bist nicht mein Problem der Wächter wird sich mit dir befassen ich muss auf meine Rückkehr Mann ich muss diesen Ort verlassen wir wöhnen dich lieber an dein neues Heim wir vernichten die Schwarzzungen und du wirst auf immer in dieser Hölle schmuren nein man versprach mir ein Paradies würdest du für immer im Taterus danach suchen leb wohl Nessos auf nimmer wiedersehen du wirst du wirst es bringt uns nix Heinz wiesert mich an wie traurig, dass die Titanen nicht länger Qualen leiden egal, sie werden schon bald ersetzt stelle dich lieber nicht zwischen mich und das Fließen dein zerstückelter Körper wird diesen Ort nähren du und deine Freunde werdet ersetzen, was ihr uns nahmt ihr werdet an diesen Ort gebunden sein und uns auf ewig üben so groß wie die Ziele zu sterben wie tragisch ich bin bis in der Tat herausgegangen ist es in dieser Welt oder in einer anderen kann mich noch aufreißen das was du willst liegt vor dir komm und hole es, wenn du kannst naja, ich habe jetzt Blitz ab und so weiter strottst ab und dann ich habe es auch Jawoll, er ist gestorben. Du Niolkos, du wirst das Fries nie bekommen! Komm, sie sind jetzt so weit gekommen. Die Tornanthos fließt. 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 So. Vielen, vielen Dank. So, nur wissen wir, wir haben ruhig den Speerwerf drin. Ich bin irgendwie in der Erinnerung, dass es geht. Wie viele sind es? Ich muss die Tiefe messen. Ich helfe dir, Jason, mein aufrichtiges Beileid. Achilles, bereiten wir uns vor. Wie? Ja, richtig. Jason, Hauptmann Idas. Erhöre mich, Athene. In deinem Namen ehre ich Idas, Hauptmann der Wache von Jolkos. Er war ein würdiger Führer seiner Männer. Finde deine Ruhestätte, Idas. Erfahre nun ein verdientes Schicksal. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Möge Hades deiner Seele gnädig sein. Elpes, Tochter von Kyros und Kalista. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Möge Hades deiner Seele gnädig sein. Minason, Vater von Patras und Timiaus. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Nein, du Scheiße. Umauela von Patraslas. Du bist von deinen Sch brakege. Du bist von deinem Herzen befreit. Du bist von deinen Katcha umvin لat자가 команde Möge Hades. Du bist von deinen Schick für Kaccicki, deine Omelchen. Du bist von deinen Schick ge Cardèmes zu Gedanken. Oder du bist von deinen Katcha umvinario. Und dann다 activer dieses 음식en sich aus. Du bist von deinen Schick, dein Rücksehhal. Du bist von deinen Schick hast Luna. Sieht aus, als hätte Pelias eine ganze Armee. Ich kann nicht näher ranfahren, Jason. Sie würden uns entdecken. Dann nehmen wir die Boote. Ich werde mit zwei Gefährten am Hafen landen. Zwei weitere landen an der östlichen Küste. Wir treffen uns am Palast. Der Rest verteidigt die Argo. Wir dürfen sie nicht verlieren. Lekomedes, du hast den Befehl über das Schiff. Kehren wir nicht zurück. Seh dir heim und bringe deine Armee. Mein Volk ist stets zum Kampf bereit. Es ist beschlossen. Wir gehen noch in dieser Stunde. Bereitet euch vor. Das werde ich auch tun von meiner Freundin. Scharen von Schwarzzungen sind hier. Noch nie fühlte ich eine so starke Präsenz. Dein Onkel verfügt über gewaltige Macht. Sieh dich vor. Dies ist meine Heimat. Mein Reich. Jene, die es schindelten, sollten sich vorsehen, denn die Stunde der Abrechnung naht. Das fließt mit mir. Ich glaube, ich sehe die Ordnung ist letztes. Das wird mal eine Woche kommen. Das ist das allerletzte Level. Ich spüre es. Dann los. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Ich werde gleich loslegen. Ich habe genug Waffen für alle Daten. Wenn wir es nicht zurückschaffen, segelt ihr nach Mykene und mobilisiert Mykomedes Armee. Ihr müsst die Argo halten. Sorge nicht nicht um die Argo. Sie hat für Angreifer einige Überraschungen erraten. Okay. Dann mal los. Wir werden losgutern. Jetzt. Meine Gruppe begibt sich zum Hafen. Die anderen durchqueren die östliche Ebene. Wir treffen uns am Palast. Wenn wir aufbrechen, gibt es kein Zurück. Und nur die Zeit. Möge Wut eure Herzen entflammen. Bötet jeden, der sich zwischen uns und Aikmene stellt. Wer ist da? Wer schleucht da in der Dunkelheit? Die Freunde des Jorkas. Wo ist er? Wo ist er, den sie Jason nennen? Wo er ist? Er ist daheim. Ionia! Wir fürchten die Griechen und ihre Götter nicht. Das Vlies wird uns als Banner dienen, wenn du tot bist. Tötet sie alle! Das Vlies war in Ordnung der Schönheit. Und jetzt ist es verwüstet. Zeit, um abzurechnen. Da bin ich schon. Schon. Wenn du das machst, wenn du den Tatoos fährst. Scheiße, schwarz, oder? Was noch enthauptet? Dass du in einen Tatoos fährst. Guck mal, du scheiß Schwarzinger. Beiseite. Weg mit dir. Ich bin double. Okay, das dritt mit mir auch mal. Dritt drauf ist auch okay. Los. Weg mit dein scheiß Schneiderchef. Das ist nichts gegen meins. Nichts gegen mein Schild. Arschgesicht mit Ohren. Sie töteten die Menschen. Sie opferten sie. Was tust du hier? Ich wusste, ihr würdet kommen. Also hielt ich die Stellung. Ich habe die Schwarz-Zungen ausspioniert. Ihr habt es recht. Ich bin kein Kämpfer. Aber ich kann gut im Verborgenen bleiben. Wo versteckt sich mein Onkel? Im Palast. Was er dort tut, weiß ich nicht. Seine Schergen haben den Palast mit seltsamen Symbolen übersät. Ähnlich dem Symbolen hier. Einige der Söldner sprachen von einer dunklen Armee. die nach Jolkoth gerufen werden soll. Wir werden ihn aufhalten. Gute Arbeit, Simon. Meinst du, du kannst ein wenig länger im Verborgenen bleiben? Die Schwarzzungen werden mich nicht finden. Versprochen. Gut. Wir kommen bald wieder zurück. Ich werde warten, Herr. Viel Glück, Argonaten. Tschüss, Kollege. Was haben Sie hier getan? Viel aufgespießt. Im Tod findest du neues Leben. Wir kommen premature. ich bin stärker als die Alente miteinander ich enthaupte jeden fall mit ihr dabei guckt, weg mit dir, mit Eintaubtum, du hast keine Schwarztung am Leben. Weg mit dir. Vielleicht gibt dir noch einer. Wie viel denn noch? Das ist ja nicht mehr. Junge, spieß dich doch auf, Alter. Ich enthaupte dich sogar. Das ist ja. Fertig? Hoffentlich. Ein Galgen. Hätte nie gedacht, dass es so etwas einmal auf Jolkos geben würde. Dann los. Am Anfang war es noch so ein schöner Ort. Aber jetzt... Ja, was wir jetzt tun? Auf zum Schluss. Jetzt! Erledigt sie! Füße sie alle! 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 Und los.